Willkommen zum neuen Video. Heute machen wir einen ganzen Tag lang die Pause-Challenge. Ist wirklich... Mann! Ich warne dich! Nein! Junge, kriegst du es noch nie wieder ab? Pause? Aha, so. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, warte, wo ist die Fernbedienung? Warte, wo ist der... Weiter, Knopf. Weiter. Bisschen sauer gewesen. So geht es den ganzen Tag. Pause! Warte, warte, was, was, was... Guck mal, ein bisschen Karamellsoße. Du brauchst nicht die gute Karamellsoße. Boah, schön Karamell da rein. Was haben wir noch so schönes hier? Uh, Banane. Wichtig. Ja, ich hab leider kein Messer grad da. Lass das, verschwende nicht die Banane. Die isst, das trinkst du gleich. Das, was du in deinem Mund hattest. Weiter. Ich glaub, ich hab doch keinen Durst mehr. Ich muss, glaub ich, erst mal auf Toilette. Nein, 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 du hast doch grad vor... Pause! Pause! Mund auszuliegen. Du wolltest trinken. Du wolltest grad trinken. Also, was trinkst du jetzt? Du hast was in die Nase geschüttelt. Und wer trinkt die schöne Karamellbananenwasserbrühe jetzt? Du jetzt. Du hast was in die Nase gekippt, Mann. Weiter. Du kannst das aufwischen. Warum? Mach mal dein Video nicht mehr mit. Pause! Ich hab hier so einen alten Verbands... Arme runternehmen. Was? Arme runternehmen. Nein, bleib so. Ich hab hier einen alten Verbandskasten gefunden. Ich mach die jetzt zum Mumien. Weiter. Pause. Hätten wir es nicht wenigstens auf den Teppich machen können. Meine Füße werden echt kalt. Ich bin, du redest zu viel. Nuh, nuh. Ich bin danach sauer. Du schläfst halt auf der Couch, wenn du das machst. Ah! Bisschen weniger reden kann ich schaden. Weiter. Viel Spaß an der Stelle. So, viel Spaß beim Fortbewegen, würde ich sagen. Was machst du gerade? Nein, ich mach nichts. Pause. Liegen, sitzen geblieben. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Reicht schon, reicht schon, reicht schon. Reicht schon! Reicht noch nicht. Mann! Weißt du, was du mit mir gemacht hast? Du hast meinen Mund zugeklebt. Weißt du, wie weh das ist? Ja, hör auf. Ist okay, ist okay. Mann! Was? Ich wollte das... Was? Ich hab die Family-Dienung leider gerade nicht da. Also musst du noch kurz sitzen. Das ist halt gut. Wenigstens ein bisschen, meine Lippen brennen immer noch von dem ganzen Klebeband. Mach! Mach! Vielleicht lass ich dich heulen, weil den ganzen Tag so, bis der Tag vorbei ist. Christi, mach weiter. Soll ich weitermachen? Ja. Ja! Wenn du ja sagst, mach ich nö. Nein, sollst du nicht. Nimm euch trotzdem nicht. Mach weiter. Mach! Das finde ich gerade viel besser als das mit der Wasserpistole. Weiter. Nicht mal getroffen! Ich geh jetzt, ciao. Ey, wo willst du hin? Christ ist abgehauen. Pause! Pause, pause, pause. Bleib stehen. Nein, Max. Nein, Max. Was denn? Nein, Max. Ich warne dich. Was denn? Ich warne dich wirklich, wenn du das... Max! Du musst stehen bleiben. Ich warne dich. Wofür? Tu es nicht. Tu es mir, wenn du das machst. Was dann? Was dann? Was? Was dann? Dann bist du nicht mehr mein... So bescheuert? Das ist... Max, ich... Ich drehe vielleicht auch noch ein Video gerade für meinen Vlog. Das ist das Einzige, was dich stört gerade? Natürlich! Man, du bist bescheuert. Darf ich erst von der Schule abholen gleich? Nein! Nass, du bist bescheuert. Der Teppich ist nass. Ich hole erst gleich von der Schule ab und er kann sich auf was gefasst machen. Das ist... Also Leute, draußen mieses Vetter. Komm rein. Pause! Okay, ich glaube, er weiß, was abgeht. Weiter. Wieder Schule? Gut. Pause. Bleib still! Bleib still! Bleib... Nein, du musst... Du musst... Du musst pausieren! Gesicht her. Das hat gar nicht so viel Farbe, wie gedacht. Geh, andere Gesichtshälfte her. Andere Gesichtshälfte her. Ja, schön. Oh, yeah. Oh, schön. Zeig mal dein Gesicht her. Bewertet meine Schmink-Skills mal jetzt in den Kommentaren. Schreibt auf so eine Skala von Eis. Stopp! Ich hab dir noch nicht ein paar Werte gemacht. Du musst dranbleiben. Ich sag's, wenn man weitergeht, ja? Wie das wird zu Hause? Weiter! Oh, wie schön, wie schön. Alles doch. Stämme. Oh, ich mach das bei Papa jetzt auch. Na? Hast du auch viel Fresse gekriegt? Pause, Papa. Pause. Pause. Wie Pause? Hilfe, für mich. Nicht bewegen. Nicht mehr bewegen. Hä? Du darfst dich jetzt nicht bewegen. Du meinst mich nicht. Stopp! Stopp! Du hast das Spiel nicht ver... Papa, nee, nee, nee. Herkommen! Ich mach da nicht mehr. Hashtag Spielverderber in die Kommentare schreiben. Wo warst du? Also, ich geb dich hier... Das ist mass? Lass dich doch zu Ende reden. Pause, lass dich füpp. Loslassen. Äh, äh. Hä? Weiter. Also, du kriegst McDonalds, wenn du mich nicht mehr ärgerst. Deal? Das heißt, du bist raus, wenn ich das kriege. Was ist da drin? Du kannst ruhig weiter Pause machen und mir dann eine Kopfmassage geben oder so. Da hab ich nichts gegen. Wahrscheinlich, oder? Okay, ich will den Burger haben. Okay, da ist ein Burger für dich dran und einer für Ash. Ich hab auch für Ash. Warum kriegt der einen? Und ich nicht zwei? Danke an Chrissy in die Kommentare, bitte. Jetzt esse ich den. Pause. Ich hab gerade eine Idee. Chrissy, ich rieche die Burger, aber dafür muss ich noch kurz was vorbereiten. Ich hab nämlich gerade einen richtig geilen Charme. Ich werd euch Ash einfach den Burger geben. Und zwar hab ich letztens so einen Salt Chip bestellt. Das ist so der Nachfolger von Hot Chip. Hot Chip war viel zu scharf. Das hier ist aber viel zu seizig. Ich kann nicht bestätigen. Wonach schmeckt das? Beschreib mal, Chrissy. Essig und Salz. Essig und Salz, aber extrem. Aber das schmeckt einfach nur eklig. Ich muss euch den Chip mal zeigen. Da ist so ein Handschuh drin. Den brauchen wir eigentlich nicht, weil das bröselt nicht wirklich ab. Aber Leute, guckt euch mal an, wie giftig das Ding einfach aussieht. Das ist einfach giftgrün. Riecht pur nach Essig. Du hast ihn bestellt, aber noch nicht probiert. Richtig. Soll ich den probieren, schreibt es in die Kommentare. Ich werd das Ding gleich, Ash, so schnell. Vielleicht mach ich dich auf Pause. Alles gut. Ich werd das Ding gleich Ash so richtig in den Mund reinschieben. Und damit geht es jetzt runter zu Ash. Ich hab Angst vor der Reaktion. Habt ihr mich vermisst? Nein. Achso, Chrissy, weiß gar nicht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Was denn? Ich hab mal ein Magnas Wasser über den Kopf gekippt. Oh, das ist noch gemeiner. Max, ich mach keine Pause. Sorry, Ash. Schau mal. Hallöchen. Na, was machst du gerade, Schönes? Na. Oh, das ist ja gar keine Schminkchen mehr im Gesicht. Guck mal, Chrissy war bei MacGest. Guck mal, was drin ist. Ich hab dir einen Burger mitgebracht. Sicher Burger? Das ist ganz normal. Da ist nichts drauf. Da ist nichts drauf. Das Ash ist mies skeptisch, ey. Oh mein Gott. Ich hab dir so viel Ketchup drauf. Oh, übertreibend viel Ketchup. Damit ist nichts, aber warte. Pause. Weiter. Wie schmeckt das Ding? Deine Zunge ist blau. Super gemein. Ne, nicht so geil. Salzig einfach. Merkt du das auch Bock auf einen Burger? Nein, also doch. Er ist voll gesauert. Damit du den auch mal probierst. Warte, wir warten noch kurz. Vielleicht wirkt es da noch so ein bisschen auf der Zunge. Und weiter. Keine Ahnung, du spuckst ihn direkt aus, aber okay. Nicht so begeistert? Oh, heul. Ih, deine Zunge ist komplett blöd. Ah, grün. Das fühlt sich, mein ganzer Mund zieht sich zusammen. Das fühlt sich richtig betäubt an. Ich habe Tränen in den Augen. Das war meine Rache. Etwas später. Ich habe gerade gehört, bei Ashes ist auf jeden Fall Fortnite zockt. Und ich würde sagen, es geht weiter. Pause. Muss genau so bleiben. Ja, alt F4. Warte, ich muss es nicht so machen. Okay, warte. Weiter. Ja. Ja, genug gesagt für heute, oder? Nee, eigentlich nicht. 1 bis 10, wie traurig bist du jetzt? 30. Hä? Ich wollte gerade 13 sagen, aber ich wollte 30. Also, wie traurig bist du? 500. Pause. Trinken, trinken. Bis ich weitermache. Also, die Fernbedienung, die spinnt manchmal. Manchmal kann ich irgendwie nicht drücken. Also, ich weiß nicht. Mach weiter, mach weiter. Oh, Pause. Weiter. So ein Wasserfall. Junge, viel Wasser. Alter, ist das eklig. Weiter. Digga. Junge, viel. Alter, ich habe sowas Ekligs, da habe mir keiner Challenge gemacht bis jetzt. Das war widerlich. Da distanziere ich mich sogar von. Das war echt eklig. Das kannst du nicht. Du trafst. Weißt du, ob das immer hingegangen ist gerade los. Du hast mir eine Ordnungsche gegeben. Davon kriege ich 10 Jahre Herpes. Max ist gerade im Badezimmer. Pause. Ich mache mich gerade trocken. Lass es. Es reicht. Ich mache schon mal die Tür zu sehen. Es reicht. Du stehst, bis du weißt. Hast du eine Wunde? Oh, ein bisschen in den Arm haben. Hast du eine Stelle oder so, wo es brennen könnte? Hier im Gesicht das heute. Nicht ins Gesicht. Achso. Das ist kalt. Reißt nicht langsam. Max weiter. Stopp. Mal erkennt gar nichts, oder? Nein. Doch, so ein bisschen das Haar erkennt man. Ach Gott. Was machst du denn da? Wie ist das? Ach, kalt. Du hast Spaß, oder? Du hast Spaß, oder? Das sieht doch echt cool aus. Ja, der lieb. Was? Pass mal die Gardine da hinten auf, bitte. Das kriegst du irgendwann zurück. Ich sage es dir ehrlich. Das ist okay. Puh, bitte nicht noch mehr. Junge, ich krieg das aber nie wieder ab. Raus hier. Weiter. Was hast du mit mir gemacht? Oh Gott. Jo. Was hast du mit mir gemacht? Ich bin dafür, wir beenden das Video. Ich auch. Bewerte mal, Ash. Mal künstliche in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. Stopp. Stopp. Was? Tschau. Ciao.